Sollst du mich, glaube ich, auf Victoria Island, ne? Jupp. Und da ist Olaf. Olaf! He want to be a warrior. Da müssen wir jetzt mit einem von den Sprechmonstern zu entscheiden. Hier, guck mal, der Theo sieht doch nach Pirat aus. Ich weiß gar nicht, muss ich kurz gucken. Na? Oh, dann können wir hier gleich nochmal. Ich sehe nicht, was hinter den Dingern da links ist. Da ist irgendwas drunter. Und ich glaube, da müssen wir draufklicken, weil... Er hat ja gesagt, fehlt der Contact unseren Job Instructor. Und dann können wir da gleich... Ich verstehe nicht, was für ein Problem du gerade hast. Na ja, wir können hier links... Da ist ein Symbol, was das Quest beinhaltet. Mhm. Wo wir jetzt direkt zu dem Pirat kommen. Aber... Dann verstärkt uns das ja jetzt nicht so... Aber dann lass uns einfach ein bisschen rumlaufen und ein bisschen soes Zeug erzählen. Und irgendwie finden wir das dann schon raus. Wir können doch jetzt hier mit Theo. Okay, dann gehen wir mal zu Theo. Hallo, Theo. Oooh. Arrrr! Arrrr! I heard that my eyes sick again. Tragic! Wow! Okay! Das war jetzt hier so voll... Wow! Wo ist das ein Hai? Ist das hier oben noch? Gold Ritchie ist hier noch. Warte, ich komme zu hier. Ich gehe mal gucken, ob es hier noch alles ist. Wie bauen die denn eigentlich ihre Städte auf? Hier gibt es einen Weapons Store und es gibt einen Defense Store. Ja, mitten in der Luft halt. Ich gehe mal in den Weapons Store. Hallo, kann ich mir was verkaufen? Nein, wir haben gerade schon verkauft. Gold Ritchie. Wenn du gerade oben bist, dann lese ich ihn trotzdem mal oder willst du? Kann ich an mir lesen. Okay, ich kann auch. Oh, das sehen wir da jetzt aus. Who are you? I want to make a deal of you. Who are you? From the Moth Wand. Who are you? You don't know me? I am the world richest man, the gold rich. I've earned a lot of money by trading. If you want to trade rare items, please come to me at any time. Mhm. Okay. Okay. Haben wir einen Raylight? See, was am I jetzt mit I want to make a deal of you? I'm not doing any trading at the moment. I need some rest, you know? Oh Gott. Lass uns doch mal da reingehen. Was ist das denn da für Raum? Was ist das denn da für Raum? Ja. Das ist Truus Info Shark. Oh, guck mal, was ich gerade gesehen habe. Hier links oben ist die Glühbirne. Ja. Und da können wir jetzt job advanceen machen. Mhm. Pirates of the Nautilus oder so irgendwas. Lumida. Malik. Oh, right. May mentioned you. Yeah, you took pretty good to me. I'm Kyren, the captain of the Nautilus. And the pirate job instructor. I heard you are interested in becoming a pirate. Is that true? Yeah. If that's the case, I should tell you a bit about myself first. I brought the pirates together to start working against the black match. The great evil that threatens all of Maple World turns out a hero business is more profitable than footing and plaguing. If you become a pirate, you can help investigate the black match plots and assist in the defense of Maple World, keep in mind that I won't make you do anything. I'm primarily a job instructor and just guide the pirates in a general sense. But I know you would help us fight the black match. You have that clam in your eye that all heroes do. Anyway, I've said my piece. That was just for your information. That's what's really important is coming up next. There are two paths you can take as a pirate. You can fight with guns or with your fists. Your weapons and skills will be quite different depending on what you pick. But both are still pirates. And that means you're going to do good with your fights while you fight. Okay, I've said enough. So pirate in or out. If you want to become a pirate, I'll bring you to Tenautilus. Right now you're using my power as a job instructor. And if you don't, I'll help you find the right job for you. Okay, then we'll do that, right? Accept, yes. Oh, it's being done to Tenautilus. We're still there. Oh, here at the top. I've looked at the whole time down to the top when we appear. We can get a reward right here. Probably, yes. All those who want to become pirates, come to me. What do I call it now? Job advancement as a first word. Oh, yes, exactly. We have to be a pirate as a first one. We don't look like pirate-like. Right, we were like a big dog. Well, nice to finally talk to you face to face. Are you surprised? Yeah, I get that a lot. I know I look young, but don't understand. Underestimate me. Right, so let's make you a pirate. Okay. Let's go. There's a pirate. Well, you are truly one of us now. Open up your skill window and check out the new pirate abilities. I also gave you a few extra SP, so you can go ahead and boost some of your new skills. You'll get more skills at a higher level, so I suggest you have a plan for your training. Claro. Total. Skills alone do not make you a great pirate. You have to distribute your states like a pirate, too. If you're hoping to become a brawler, invest heavily in S in Strange. If you're more the gunslautai when you go for dexterity. And if you just have no idea, use the auto-assign option Simple and Effective. Oh, I gave you a little gift, too. I expanded a few slots in your equip. Consume, install, and... Etc. Etc. Okay. Item tabs. So you should have plenty of room for your spoils. Now there is one last thing that you need to remember. More than anything else. You need to keep your HP up. If you fall in battle, you'll lose some of your experience. And I'm sure you don't want that, right? Nein, ich will es nicht. Well, that's it. I have taught you everything you need to know. I also gave you a few decent weapons, so make good use of them. Don't go forward, grow stronger, and kick around the black match minions, if you get a chance. Weeeey! Woohoo! It's a pilot! So, now we have our character stats. And now we can think about if we are Brawler or Gunslinger. So, one should Brawler and one should Gunslinger. Hmm. Wow, there are already 54 points that we can divide. So, what would you like? Yeah. I'm full for Gunslinger. Oh, then I'll do the other one. Okay. That's called... Brawler. Brawler. Thank you. No. It's right here at these ability points. Use to increase strength, dexterity, intelligence, luck, hit points, and MP... What is MP? Mana points perhaps or something? Mhm. For strength, dexterity, intelligence, and luck, every one AP used will increase the stat by one. For hit points and mana points, the increase will differ based on your character and job. You will receive five ability points each time. So, we always get five. That's pretty good. And if we go on this Auto Assign button... Okay, then you put everything in Dexterity in Dexterity, if I go on Gunslinger. Can you do that again? After you press the key, after you press the key? That's not. Maybe not. So, if you press the key here, do that again. Do that again. And then you can say yes to me. Ah, exactly. All of them are strange, but also... Yeah, but I think we really need nothing. We need really just this. Okay. Okay. Because we can't even improve the hit points. I see. Okay. Because there's no plus behind it. So, I'm now stronger. Very strong. Okay. So now I'm going to Gunslinger. Okay. 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 And we have also got Waffen and so on, Maxi. That's right. And we have also got 1800 Kugels to shoot. That's of course not wrong. What I don't need. Okay. Okay. For the fall, that you want to do it at the moment. I've got a shot. Yeah. And then I'll take the pistol. Oh, if I take the pistol, then I can't take a shield. That's right. That's right. I have only one pistol in the hand. Okay. Then I can give you the shield. How can you do that? Oh, we can now look at the party. Yeah. Look, there's nothing, right? I just threw it out. Wait. I think there's nothing there. There's nothing there. Oh, there. I see it already. There's nothing there. There's nothing there. There's nothing there. Way. You could not throw it out here. Yeah. I didn't know that there's nothing there. No. I can do it. Oh. Oh, there's nothing there. Oh, you probably have two things. Choo, choo, choo. Yeah. Yeah. So. Okay, so we have at least one more weapon. Let's see if we get into the party. Oh, I see pretty pirate-like. I also. So. Oh no. Oh, damn. That was the button clicked. You flew outside. I can see this now, as you are going by. Ach, das habe ich vergessen zu sagen, als du vorher nie in die Schnecke gekämpft hast, ist es da unten. Buddy Request from Malik. Da kannst du sagen, dass du es annehmen willst. So, ich bin auf jeden Fall mal wieder da. Und jetzt können wir ja da... Wo ist das denn? Menü. Play. Und da können wir jetzt eine Party create. Und jetzt inweite ich dich. Kannst du mich nicht direkt anklicken? Ich muss mich trotzdem in der Liste. Ah, da, da will... wait you to... Okay. Let's see my next party. Ja, cool. Das ist doch schon mal was. So. So, habe ich einen Quest-Button über meinen eigenen Kopf? Ja, ich auch. Aber ich verstehe nicht, wenn man das wegkriegt. Anklicken? Guck mal. Hello, let me that say. I'm Cassandra. Ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ja. How do I know your name? That's a silly question. I'm Cassandra. I totally know everything. Hier sind alle so komische Leute, ey. I came to give you a gift. It's an explorer book. Kinda like a dinary. In this you can record every exciting adventure you will ever have. And then I can read about it later. Ja, das machen wir so, ne? Ja, machen wir so einfach. Do you want the explorer book? You do, right? Of course we want to have it. We're dying to have it. I have a book that's perfect for a pirate like you. Found it here. Take a good look at it after I take off. Well, have a blast in your adventure. Adventure. Okay. Können wir uns bei uns selbst einen Reward Accord? Wie machst du das denn? Ich klicke oben auf Dings. Ach so. Ja. Ah. An explorer book so I can record all of my adventures here. Perfect. I just started my adventure so I could. Should get started, but wait. Have you picked a flower? Ja. Maple leaf. Oh, I remember seeing a harsh maple tree on Maple Island. How did it follow me here? Schon so bisschen wie Kanada hier. Die Flagge sind auch gut. I guess I can keep it in my explorer book to remind me of Maple Island. Oh. So schön. So, jetzt können wir uns noch einen Quest machen, wie wir letztendlich Pirates sind. Können wir uns von Kyren, wie auch immer sie heißt, unserer Piraten-Lady, können wir uns noch einen Quest abholen. Es ist krass, dass es irgendwie so viele Frauen gibt, oder? Also, ich werde schon ganz heiße. Aber es sind nur zwei Job Instructors. Nein, was heißt nur fünf fünf sind zwei Frauen mit Reisen-Männern. Hat ja schon, wir hätten auch was anderes nehmen können, ja. Okay, dann nehmen wir jetzt Kyrens Order. Wir nennen sie einfach The Pirate Lady. Okay, The Pirate Lady's Order. Ahoy there! Are you ready for high adventures on the Seven Seeds as a crew member of the Nautilus? Klar. That's the spirit. What mission shall I send you on first? I'd love to send you on a real, swell, sparkling adventure. But you just aren't ready for it, are you? That's okay. I've got just a job for you. Go to see Cheryl, who's in charge of the Shipfoot, and see if she needs any help. She's probably in the Carousel Forest. Rüderfrau. Mhm. Let's go. I'm happy that you just have a female voice for the next time. I shoot here with a knife, and you with your gums. What do you mean? Oh, we can take a taxi. Regular cap, okay. Hold on, we have to go down there. Oh no. Nee. Das klappt doch wahrscheinlich wieder nicht. Nee, dann klappt's schon. Oh man, dann klappt das nicht. Oh, ich hab's geschafft. Whee! Jack Morgum. So, wie viele gibt's denn noch? Ah, guck mal, die verkaufen uns aber Sachen. Sieht aus wie ein Affe. Die Sachen, die wir jetzt nicht mehr so brauchen, können wir auch... ... als nur... ... als nur... ... als nur... ... als nur ein Squirt verkaufen. Das klingt aber nix. Ich kann jetzt auch so ein paar Sachen kaufen, aber das ist ja alles voll teuer. 12.000 für ne... ... für ne... ... für ne... ... für ne... ... Helden. 60... 100.000 für ne... ... die Rüstung. Ich hab grad mal 10.000. Ich verkauf mal dein Schild mit. Ja, mach das. Oh ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Hier kann man noch Kanonen kaufen bei dem anderen Typ hier nebenan... ... bei Morgan. Portal! Das verkauft in der Galle. Portal! Ich geh schon mal durchs Portal. Okay, ich kann... ... Storage Keeper. Uh! Ja, da sieht man da. Und wie sieht's da aus? Oh! Ähm... Okay, ertrinken kann man nicht? Nee, glaub nicht. Das sieht eigentlich mehr aus wie so'n klassisches Adventure. Mhm. So'n Point-and-Click-Adventure. So. Der hat nen Quest für uns da oben. Wollen wir den noch annehmen? Ja, wir können mal gucken, was er von uns will. So, das geht aber mal chinesisch hier. Sieht doch aus wie so'n Mandarine. Come back after you finish your test. Ach, das können wir, glaub ich, alles noch nicht machen. Okay. Ja, 30... Wir müssen in 30 Tagen 100.000 Monster killen und so. Können wir das nicht sofort annehmen und dann... Dann 30... Also ich spiel mal 30 Tage jetzt. Keine Ahnung. Ansonsten vorzugehen? Nee. Ja, wir lassen's erstmal. Ja, toll. Das hoff ich eigentlich die ganze Zeit ab. Bart, da oben ist Bart. Das macht doch jetzt ganz komische Lebensstuhl hier. Ja, weil das Wasser gibt uns vor dem Boost. Ja, irgendwie schon, ne? So, weil wir das ergibt doch überhaupt geknzen. Also Bart wollten wir auch nicht. Ja, wir sind von jetzt überhaupt hin. Ich bin ein bisschen helpless da. Hier hinten. Ja, ganz hinten. Und so. Hey! Super Sache. So viele Leute, da gibt's ja... Oh! Schwein! Tod! Toll. Ich bin da nicht mal hingekommen. Siehst du jetzt die Sachen auch? Ja, jetzt seh ich auch. Okay, cool. Ah, da oben ist dieser Surreal oder wie auch immer. Okay. Weißt du Bescheid. Irgendwie ist das mit dem Nacken ziemlich ätzend. Ich mach hier keinen Schaden. Ich weiß gar nicht. Also ich komm nicht richtig ran. Okay. Wow, nein. So, ja, du hast halt auch... Mit denen ist es wahrscheinlich auch ziemlich gefallen. Okay, ich mach 82 Schaden, das ist schon okay. Ja, ich hab 61 und... also ich bleib nicht... ... was so der Durchschnitt ist aber... Oh Mann! Du schaffst es, Lumi da! Stringt noch ein bisschen an. Oh Mann! Okay. Bye.